Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um den COP-Web-Algorithmus, dazu habe ich euch mal hier was vorbereitet. Und zwar der COP-Web-Algorithmus, der möchte anhand der Eigenschaften von unseren Datenpunkten unterscheiden zu welcher Klasse sie gehören. Das heißt, also ist auch ein unüberwachter Lernalgorithmus, das heißt diese Daten die wir hier haben, die sind uns so gegeben, die beobachten wir so. Und es ist nicht irgendwie eine Verteilung im Raum, das heißt die Farbe hier sagt zwar die Klassenzugehörigkeit nachher aus, aber wir sehen die Datenpunkte bloß. Und wir wollen auch ungefähr nach der Größe clustern, dass die großen pinken Dinger was anderes sind wie die kleinen pinken und die großen grünen was anderes wie die kleinen grünen. Okay, das heißt wir wollen die ganzen Dinger in vier Klassen im Endeffekt aufteilen, das wissen wir jetzt, weil wir die ganze Grafik uns angucken können, aber wir wollen das Ganze per Algorithmus machen. Also wir haben hier ein paar kleine grünen Datenpunkte, noch kleinere pinke Datenpunkte und hier die drei großen grünen und die vier großen pinken Datenpunkte. So, und der COP-Web-Algorithmus, der nimmt jetzt diese Datenpunkte und hierarchiert das Ganze, also er clustert genauso wie wir es beim Dentrogramm oder beim KNN gesehen haben. Allerdings macht er das Ganze ein bisschen anders und ja nochmal ganz kurz möchte ich betonen, dass diese Datenpunkte hier keine Verteilung sind, also so sieht nicht unser Datenraum aus. Das wäre ein bisschen anders, vor allem da wir hier zwei Merkmale haben, nämlich Größe und Farbe, haben wir hier ein bisschen Schwierigkeiten. Das heißt, wir müssen eigentlich zweidimensional uns das Ganze angucken, plus dann noch eine dritte Dimension zur Klassenzugehörigkeit und deswegen, ja, das sind einfach nur eure Datenpunkte. Das heißt, ihr guckt quasi auf das Bild, das euch gegeben ist und sollt jetzt anhand von dem unüberwacht clustern. So, wie funktioniert jetzt also der COP-Web-Algorithmus? Das ist ein Hierarchie-Algorithmus, das heißt, er baut Bäume auf, er baut einen Strukturbaum auf, der sozusagen uns anhand der Merkmale, also sprich Größe und Farbe, aufteilen möchte in verschiedene Kategorien. Und wir definieren uns jetzt die Nützlichkeit von diesen Unterbäumen sozusagen und versuchen dann eben die Punkte innerhalb einer Kategorie möglichst ähnlich zu halten. Okay, die Nützlichkeit, von der ich gerade gesprochen habe, ist natürlich wieder mal eine Wahrscheinlichkeit und deswegen zwischen 0 und 1. Okay, wir wollen jetzt also mal anfangen und uns für dieses kleine Bildchen hier einen Baum erstellen, so wie wir es dann am Ende gerne hätten. Das wäre zum Beispiel dann erstmal ganz oben haben wir, na Sekunde, da habe ich einen besseren. So, das ist doch hier ein praktisches Diagramm für sowas. Jetzt wollen wir nur noch die Farbe davon ändern, damit wir auch was lesen können. Okay, wir haben jetzt hier ein paar Sachen drin und zwar erstmal ganz oben kommt die Wahrscheinlichkeit hin. Also die Wahrscheinlichkeit von der obersten Klasse, von der Wurzelklasse ist ja klar, also ein Punkt muss immer irgendwie zugeteilt sein. Der kann nicht nichts sein. Also die Wahrscheinlichkeit davon, dass es zu diesem Cluster 0 gehört, die ist 1. Also 100 Prozent, er gehört auf jeden Fall zu diesem Cluster 0, denn zu irgendeinem Cluster muss der Punkt ja gehören. Okay, machen wir weiter. Und zwar wollen wir hier unten uns die Merkmale aufschreiben. Die Merkmale werden natürlich wieder mal aufgeteilt. Das sind jetzt zwei Merkmale, nicht nur eins. So, und wir haben das Merkmal, das Merkmal Größe als erstes Mal. Und dann haben wir noch das Merkmal der Farbe. So. Okay, und jetzt müssen wir das Ganze hier nochmal aufteilen, denn wir haben ja nicht nur Farbe und Größe, sondern wir haben auch die tatsächliche Attribut Ausprägung. Also von dem hier haben wir die Farben grün und pink und wir haben die Formen oder die Größen groß, mittel und klein. Ihr könnt auch gerne die Pixel nehmen, das hier waren glaube ich 6 Pixel oder sowas. Das hier waren 20 und das hier 40, dann waren das hier ungefähr 10, so viel kleiner war das nicht. Okay, aber wir sagen jetzt hier einfach mal groß, mittel und klein dazu. Das müssen wir hier reinschreiben. Groß, medium und klein, wie eine Pizza. So. Okay, ihr könnt natürlich auch gerne an Pizzen denken hier. Das sind verschiedene Pizzen, die eine ist halt grün belegt, die andere ist pink belegt. Ihr könnt natürlich da machen, was ihr wollt. Also gute Beispiele, da mangelt es glaube ich nicht. Und hier unten bei der Farbe haben wir jetzt die Farben grün. Und pink. So. Und jetzt unterteilen wir das Ganze wieder. Und zwar hier hinten diesmal. Und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es groß, medium oder klein ist, ist insgesamt 1. Muss ja 1 sein. Denn entweder ist ein Punkt groß, er ist medium oder er ist klein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es groß ist, ist nicht unbedingt 100%. Die Wahrscheinlichkeit, dass es groß ist, haben wir nämlich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 große Punkte von insgesamt 19 Punkten. Okay, also das heißt, wir haben insgesamt 19 Punkte und wir haben 7 große Punkte. Das heißt, wir haben hier eine Wahrscheinlichkeit von 7 durch 19. Okay, 19 war jetzt vielleicht nicht unbedingt schön zu rechnen. Aber ihr seht, dass man da nicht unbedingt die schönsten Zahlen braucht, sondern nur irgendwelche Zahlen. Okay, und die medium Punkte, also die mittelgroßen Punkte, zählen wir gerade mal, das sind ja nur die grünen hier. 1, 2, 3, 4, 5. 5 von 19. Und die kleinen Punkte, die müssten ja dann auch eigentlich 7 sein, können wir aber trotzdem gerade mal nachzählen. 3 und 7. Ja, passt. Also auch 7 von 19. So, und jetzt haben wir hier die Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, dass das Merkmal groß da ist, das Merkmal medium und das Merkmal klein. So, jetzt machen wir dasselbe für die Farbe. Da müssen wir ein bisschen mehr zählen. Bei den grünen haben wir 8 Punkte, also 8 von 19 und bei den pinken haben wir die restlichen 11 von 19. So, und jetzt haben wir hier die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die Summe hier ist insgesamt 1, die Summe ist 1, denn insgesamt haben wir, jeden Punkt hat eine Größe und jeder Punkt hat eine Farbe. Das heißt, jeder Punkt hat jedes Merkmal. Und so haben wir jetzt hier das Ganze ein bisschen aufgeteilt und konnten damit vielleicht, ja, jetzt können wir clustern. So, das Clustern funktioniert wie folgt. Wir wollen, dass das Ganze hier möglichst gut aufgeteilt wird nach jedem Merkmal. Wow, okay. Mir ist gerade mein Draw hier abgestürzt, mein LibreOffice. Deswegen bitte entschuldigt, wenn es ein bisschen anders jetzt aussieht. Und ja, wir machen direkt weiter. Ja, also wir wollten aufteilen und jetzt sagen wir hier einfach, wir wollen das hier aufteilen in zwei Unterkategorien, also zwei Unterklassen sozusagen. So, und was wir jetzt machen ist folgendes, wir nehmen einfach diesen Teil hier wieder, fügen, nein, nicht den, fügen, fügen den so ein. So, passt. Okay, und jetzt haben wir hier eine erste Unterkategorie. Aktuell steht da noch dasselbe drin. Ich habe es ja auch einfach nur kopiert. Und jetzt nehmen wir hier noch eine zweite und ziehen die hier rüber. Braucht ihr jetzt eigentlich gar nicht unbedingt alles sehen. Es reicht, wenn ihr eine habt. Aber ich mache es trotzdem ein bisschen schmäler. Dann habt ihr vielleicht auch die Chance, ein bisschen besser zu sehen hier. So, und jetzt teilen wir richtig auf. Jetzt sagen wir, das ist die erste Klasse und das hier ist die zweite Klasse. So, nach was teilen wir jetzt auf? Naja, das werden wir nächstes Mal genauer sehen, wie wir das Ganze aufteilen, denn das Ding wird nicht sofort aufgebaut, sondern iterativ. Also, jedes Beispiel macht quasi was mit unserem Baum. Deswegen kommt es auch darauf an, wie wir diesen Baum aufbauen. Also, welches Beispiel wir als erstes hinzufügen. Okay, ja, wir sagen jetzt hier einfach mal, wir teilen nach der Farbe auf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für die Größe müssen wir neu errechnen, sozusagen. Und die Wahrscheinlichkeit nach der Farbe ist jetzt einfach 0 bei Pink und 1 bei Grün. Und hier drüben dann dementsprechend 1 bei Pink und 0 bei Grün. Das heißt, hier sind alle Pinken drin und hier sind alle Grün drin. Wir nehmen uns sozusagen einfach ein Merkmal raus und setzen hier dann jeweils 1 auf 1 und das andere auf 0. Okay, jetzt müssen wir die Größe nochmal neu berechnen. Habe ich gerade schon gesagt. Wir müssen jetzt also wieder neu zählen. Die Grünen haben kein kleines, also 0 bei den Kleinen. Falls ihr euch noch erinnert an den Datenpunkt, ich kann es aber auch gerne nochmal zeigen, bei dem Medium müssen wir jetzt eh zählen. So, also kein kleiner, denn das hier waren die Kleinen. Die Medium sind 5 von insgesamt 8 Punkten. Also 5 von 8. Äh, zu schmal. Ich sehe es gerade. So, und die Großen sind dementsprechend 3 von 8, wenn ich mich nicht verzählt habe. Okay. So, jetzt dasselbe für die Lilan. Da haben wir 4 von den restlichen Punkten. Also, Textbox. Ähm, bei den Großen hier. Na, ach, Manu. Ähm, bei den Kleinen haben wir, keine Ahnung, bei den Großen weiß ich es aber, haben wir 4 von 11. Und bei den Medium haben wir 0. Und bei den Kleinen haben wir dementsprechend dann 7 von 11. Okay. So, und jetzt aber Vorsicht noch hier oben, die Wahrscheinlichkeiten, die stimmen noch nicht. Die Wahrscheinlichkeiten hier sind jetzt die, die wir hier hatten. Also, bei den Grünen 8 von 19. Ups. Ähm. Jetzt. Und bei den, äh, bei den Pinken hatten wir, ähm, 11 von 19. Zusammen muss es natürlich wieder 1 ergeben, damit wir hier wieder auf den Gesamt, äh, Gesamten Packen von 10 0 kommen. Aber, äh, hier steht jetzt jeweils eine andere Zahl als, ähm, 1. Und hier versucht man auch dann jetzt die, äh, Wahrscheinlichkeiten zu maximieren. Das heißt, wir schauen, dass hier möglichst 50% kommt, wenn wir 2 Kategorien haben. Beziehungsweise 33%, wenn wir 3 Kategorien haben und so weiter. So, ähm, und hier haben wir jetzt nochmal mehrere Unterboxen. Also, es ist ja ein Baum. Wir haben jetzt also nochmal weiter einen Baum unten drunter. Also Subkategorien nochmal hier. Die werde ich jetzt aber nur andeuten. Ich glaube, ihr habt schon verstanden, wie das Ganze funktioniert. Hier ist eine Subkategorie, na, komm. Okay. Hier ist eine Subkategorie, nämlich, ähm, die Medium, also die auf 1 setzen hier. Ah, was los? Lass doch los, komm schon. Die auf 1 setzen und keine großen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in dieser Kategorie landen hier, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir ein Medium gezogen haben, sprich 5 von 8. Und dann haben wir hier drüben noch eine Wahrscheinlichkeit, äh, eine andere Kategorie. Nämlich, die war, Moment, hier muss noch eine 3 hin, das ist wichtig. Und hier muss eine 4 hin, das ist die vierte Kategorie. So, und dann haben wir hier eben noch die, ähm, großen. Das heißt, 3 von 8 ist die Wahrscheinlichkeit. Und dafür, dass es Medium ist, natürlich 0. Dafür, dass es groß ist, jetzt 1. Und das wären jetzt unsere Endkategorien. Sprich, wir haben geclustert, bis wir bei den Medium-Dingern angekommen sind. Und den grünen, also Medium-Grün ist das hier. Und, ähm, Groß- und Grün ist das hier. Dann gibt es hier jeweils auch noch zwei Unterkategorien, für die ich jetzt keinen Platz mehr habe. Nämlich, ähm, Klein- und Pink. Und Groß- und Pink. Also von der Klasse 2 hier. Und die Blätter sind dann unsere endgültige Klassifikation. Sprich, wir haben vier Klassen erreicht. Denn wir haben ja jedes, ähm, ja, jeden Baum nochmal aufgeteilt. In Sub-Baum und so weiter und so fort. Wir haben aber hier oben die Wahrscheinlichkeit gegeben, ähm, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Punkt zu der jeweiligen Klasse gehört. Und danach können wir das Ganze auch optimieren. Wir wollen ja nicht irgendwie, ähm, irgendwelche Merkmale haben, die uns fast nichts bringen. Also zum Beispiel 1 ist grün und 99 sind pink. Naja, gut, dann ist uns halt das Grüne völlig egal. Dann haben wir aber vielleicht andere Merkmale, wie noch die Form, also dass sie nicht alle rund sind. Und dafür sind aber ein paar eckig. Und dann, ähm, entscheiden wir uns dafür. Also für die besseren Merkmale. Und vielleicht, wenn wir ganz am Ende noch weiterbauen wollen unseren Baum, dann entscheiden wir uns aber erst im letzten Schritt dafür, dass wir auch noch grün von den 99 pinken unterscheiden. Gut, wie das Ganze als Algorithmus aussieht, äh, sehen wir nächstes Mal. Und ich hoffe, ihr freut euch mal wieder drauf. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.